So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und wir haben wieder eine kleine Challenge für euch vorbereitet, aber zuallererst entschuldigt meine Stimme. Mir war gestern den ganzen Tag so schlecht, ich musste den ganzen Tag brechen, alles war richtig ekelhaft, ich hatte solche Magenschmerzen, so ein Magendrücken, Magenstechen, es ist unglaublich. Und deshalb habe ich gedacht, wird es Zeit für eine neue Challenge, denn Flati hat seine 600 Abonnenten erreicht und weil er die 600 Abonnenten erreicht hat, hat er gedacht, macht er wieder eine kleine Challenge, werden wir diese Hafermilch Challenge von Flati auch probiert. Ich muss sagen, im Video, richtig krass, aber nach dem Video, was ihr nicht gesehen habt, kaum war ich zu Hause angekommen, ich musste so aufs Klo, ich hatte so einen dünnen Schiss danach, ich musste brechen, also ein Liter Hafermilch auf X, so reingeschlungen wie noch gar nichts. Adi ist wieder auf dem Schrank, wie ich sehe und passend zum 600 Abonnenten hat Flati gesagt, er probiert mal 4 Dosen Action Energy auf X zu trinken, ich habe gesagt, normalerweise hätte er alles in ein Gefäß packen müssen, damit das 4 auf einmal auf X ist, aber trotzdem, er hat sich 4 nacheinander aufgemacht, hat die getrunken, ich war jetzt heute extra unterwegs, ich habe euch gefragt, wo kriegt man denn Action Energy her? Im Chat habe ich öfters dann Aldi gelesen, nicht Adi und auch nicht Flati, sondern Aldi, deswegen bin ich heute extra zum Aldi gewandert und da hatten sie natürlich keinen, denn das gibt es wahrscheinlich im Kaufland, so wie ich jetzt erfahren habe, also habe ich gedacht, mache ich noch einen Abstecher zum Netto und hole mir im Netto einfach Booster, denn die hauseigene Marke vom Aldi war irgendwie irgendwas anderes, Geostorm, Geofan. Und da hat eine Dose 1,09 Euro gekostet, während hier die Billigmarke vom Netto, der Booster, der gute alte Booster, meine Stimme ist kaputt, der gute alte Booster nur 49 Cent gekostet hat, war auch schon wieder im Angebot, fand ich richtig cool. Deshalb haben wir uns jetzt 1, 2, 3, 4 Dosen Booster geholt, damit wir statt 4 mal Action 4 mal Booster trinken können. Ich werde das Video von Flati hier oben einblenden. Flati hat das richtig chillig gemacht, natürlich eine Dose getrunken, dann hat er erstmal ein Bäuerchen gemacht, dass der ganze Druck weg ist, dann hat er die zweite genüsslich getrunken. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es unbedingt auf Zeit machen wollen, dass wir versuchen schneller zu sein, muss eigentlich nicht, ist ja auch eigentlich alles nur so eine Spaß-Challenge, da geht es ja um nichts. Wir stoßen also einfach mal an auf Flati und die 600 Abonnenten, da mache ich gerne mit, mit Booster, Booster Zero, extra ohne Zucker. Gleich muss ich nämlich wieder in den Stream, also werde ich mir vorher schön jetzt erstmal einen Booster antrinken. So, geht los. So, die erste ist leer. So, jetzt geht mir der zweiten weiter. Eins, warte mal, so, nee, egal. Pack mal hier rüber, eins oder unser zweiter. Also in meinem Fall ist das überhaupt nicht. So, die Pros. So, die zweite ist leer. Jetzt die dritte. Boah, mir wird man noch warm. Boah, mir wird man noch warm. Booster, auf Flati und seine 600 Abonnenten. Ein Eimer steht auch bereit. Falls die 600 Abonnenten wieder rauskommen. Wie Prost. Das schmeckt so räudig. Eine Dose liegt noch vor mir. Mal schauen, ob ich die vierte Dose auch noch auf X schaffe. Die zweite Dose liegt da schon dran. Ja, da wäre die ganzen Zähne stumpf. Dieses Siro, das ist so richtig pappig einfach nur. Und in vierten haben wir auch noch einen vierten Booster auf Flati und seine 600 Abonnenten gepostet. Tatsache, ich habe es geschafft. Vier Dosen Action auf X zu trinken. So, da ist noch ein ganz kleiner Schluck drin. Da ist noch ein ganz kleiner Schluck drin. Und da ist auch noch ein ganz kleiner Schluck drin. Und da ist auch noch ein ganz kleiner Schluck drin. Vier Dosen Action auf X. Oh, Flati. Ich kann es eigentlich nicht glauben, dass ich das geschafft habe. Grüße geht raus an Flati. Irgendwie sah das alles viel leichter aus. Und viel gemütlicher. Ich habe jetzt bei den vier Dosen schon wieder einen richtigen Bauch Ramses. Er hat doch gesagt, er will keinen nominieren, weil er das nicht nachmachen sollt. Weil das ja Energy ist. Und man davon eh nicht so viel trinken sollt. Jetzt möchte ich euch was zeigen noch. Das sind die vier Dosen. Die haben wir gerade mehr getrunken. Das sind die leeren Energy. Und guck mal, da habe ich hier sogar noch zwei. Ah, ja Mann, Ramses. Daig, aber seid wirklich vernünftig. Ich habe gedacht, ach, das ist doch nicht so schwer. Das machst du doch mit Links. Holst du dir einfach statt vier Stück gleich sechs Stück. Und gönnst ihm sozusagen nicht 600, sondern 1000 Abonnenten. Weil eine Dose steht für 200. Das ergibt keinen Sinn. Und deswegen geht das eh nicht auf. Also, die wären für die nächsten. Das sind dann die 800 Abonnenten. Das sind die 1000 Abonnenten. Aber die hat er ja noch nicht. Und die kann ich ihm jetzt auch nicht antrinken. Weil mir so schlecht ist jetzt schon wieder. Wir bleiben also diesmal vernünftig. Und ihr könnt ja nochmal reinschreiben. Was ist euer Lieblings-Energy-Drink? Was trinkt ihr gerne so? Trinkt ihr gerne Action oder Monster oder Rockstar oder Booster oder Pepstar? Haben wir noch? Egal. Die zwei werde ich mir jetzt kühlen. Vielleicht werde ich die mal irgendwas mit irgendwas mischen oder so. Mit Leidungswasser am besten. Und werde ich jetzt nicht trinken. Don't drink and stream. Ganz wichtig. Ich habe Angst. Ich denke immerzu gleich kommt irgendwas raus. Seid vernünftig. Grüße an Fladdy. Schönen Tag noch. Ich gehe gleich ab ins Stream. Und nicht wundern, wenn ich im Stream dann am Bröggeln bin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. 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 Euer Ramses.